Hallo es geht weiter Hallo bei Aras Gami Ah nein Warte mal wie weit haben wir gerade eben gespielt? Ein Checkpoint weiter Also nicht viel Ah ich hab bei Mo wieder voll Verbeugung Und Angriff Tod Ach so hier war Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich bin ein Typ mir jetzt gelbe, weil mal Äh so was von getötet als Sex Ich war ab, ist der Typ Hier hin läuft, warte mal, ich sag ich den Der hier, der hier, der, 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 der läuft hier hin, dann kümmern wir ihn dort Dann töt mir sein, sein Bruder Was jetzt mit den Schriftrollen? Hm, das soll er mit sein Habe ich die behalten jetzt? Ja ja Immer wenn du resetst, ist das egal Hände wollte ich gar killen Den hab ich vorher auch schon gesehen Ich weiß, aber den wollte ich gerade killen Nichts gut Nichts gut Oh mein Gott, der nix gut Warte mal Ich komm mal zu dir Alles gut, hab ihn Okay Also ich sei entdeckt werden, ist nicht gut, aber wir machen einfach nur Einfach so, dass sie keinen Alarm auslösen Was okay, sie sind ein Typen da Ja, das waren jetzt wieder alle, gell? Ja, das waren alle Weiter geht's Oh mein Typ hat was gehört Da sind zwei zweier Dings Heiner Hallo Warte, wie machen wir das jetzt? Kommen Du Rechner, Bude Okay Jetzt Ich hatte der Typ, äh, da vorne merkt es, warte mal Was in Kerl war das weiß ich nicht, weil das in der Nähe Wo? Ah, ne, so nicht Zwei Deine ist eine auffassung Oh, warte mal, oh, warte Weil der soll herkommen, der soll herkommen Du kannst übrigens in Büsche gehen, da ist schon Warte mal Äh, da ist die Leiche Ich hab keine Energie, um hinzugehen Warte mal Oh, da ist einer Ja, alles gut Ah, gut Ich muss mehr, mehr, mehr diese Schatten erschaffen benutzen, ne Ich benutze das sehr selten, muss ich sagen Oh, hier war ja direkt einer Ich hab den doch sogar markiert Da oben kannst du schon lang Äh, bis zum nächsten Gebiet hier Guck Noch ein geiler Äh, hier hat ungefähr Leni Um die 30 Thrice oder so mit mir gebraucht Und ich bin dann hier mit First Fall durchgelaufen Du willst nichts mehr Ich glaub da kotzt sich auch Nee, 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 nicht Nicht festen Äh, warte mal, ich kenne den Typen keinen kurz Dann sind da unten noch zwei, aber die man mit später bei der Ehen zurück Ich kenne aber gerade ein Naja, denk, oben kannst du machen Und da unten sollen wir die Nein, 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 da gehen wir später noch Ehen Wir müssen jetzt erst mal in den Bereich Ja, sind die Genau Also warte mal Hallo, ihr könnt noch Gegner sein Hier ist sowas, würdest du das Spiel nicht kennen Guck mal Ha! Schattentechniken können nur begrenzt oft eingesetzt werden Die Punkte auf dem Umhang zeigen, wie wir oft die ausgezeichnet noch einsetzen Das ist sowas, wie ich auf dem Rücken habe Du machst erst mal die drei, äh, die Vögel frei und dann Dann guck mal, dann drückst du F1 Du machst generell erstmal die ersten zwei Reihen, äh, die ersten, alle drei Reihen bei Agami-Fähigkeiten frei Könnte ich schon machen Nein, erst mal Vogel Ja Komm, wir gehen jetzt, äh, die Lampenkellen, warte mal Bleib du hier, ich mach das mal Weil da hat Lenny ohne deine Hilfe 30 mal verkackt, dann mit deine Hilfe 30 mal Mit meiner Oh, dann, ne Brauch aber auch noch ein, zwei Dinger, deine Schuld Ja, ja, natürlich, aber Komm, nicht weglaufen Äh, hier oben ist so ein, ist ein Dur Warte mal Muss man kurz hier Ja, da hast du Ja, ja, er kommt, er kommt, er kommt Oder Ich weiß, aber nur der eine Ah, jetzt kommt der, okay Ich kille, ich kille, ich mach das Ey, er hat dich durch die Ritze gesehen, glaube ich Oh 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 Ja, kein Problem, ich bin Schatten gerade Pass auf Hey, ich hab doch Ne, du stand es umgekehrt Ja, ja, aber Ja, fand ich konnte der Tasse Okay, okay, warte Ich mach das Ich mach das, ich weiß, wie das geht Du auch Okay, gehen Ah, da ist das ein, zwei Habe ich eine gute Idee Ja, kommt noch einer übrigens Wir warten bis der eine geht, warte, ach so, okay Verpässt dich mal Ne, ich mach den da vorne Ich mach den da vorne Ich mach den da vorne Warte, 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 warte Okay Ja, komm mal mit, hier ist die dritte Schriftrolle Okay, dann hab ich endlich einen scheiß Vogel Hier, irgendwo Äh, hier So, und dann kannst du C drücken und siehst du alles auf der Map Enter Okay Jetzt drückt C C Ah, wie geil ist das denn Ja, ja, auch die Schweine werden Ah, das war es nicht so rein Wird von oben gesehen Mein Gott Weg hier Ich bin jetzt aber im Haus Äh, ich glaub, das ist der letzte Ich mach das hier mal Ah, nee, da hinten ist heute auch geil gesehen Ah, haha, wir müssen neu starten Lass dich mit euch dann Ja Hello Oh, der scheiß Hello, my friend Was mit dir passiert? Ein bisschen runtergesprungen Weil der Idiot nicht runtergekickt hat Du kannst natürlich auch in Wasser rennen Oh Oh Was ist denn mit Wasser? Wir können, äh, auch in Wasser rennen Ah Ähm So, lol Also Ich geh da mein Weg Du gehst da weg und treffen uns wieder Das war knapp Keine Nacht Das war alle, äh, leicht verschwenden, die du überlässt, weil, äh, vorher, weil wir wurden gerade eben dadurch entdeckt Achso Achso Warte mal, wir müssen wieder waren mit seiner sich verpisst Ne, man kann doch ein Duokil draus machen Okay, okay, warte mal Bist du ready? Ja Ich kenn den weißen, dann warte, warte im blauen Ich bin noch nicht ready, ich hab, ich brauch, äh, Energie Warte, 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 warte Hat nicht unendlich Zeit Okay, ich könnte weißen killen Ja, mach, go Jetzt, ach doch nicht Junge, bis zu 100 Ja, weil ich auf einmal keine Energie mehr wieder hatte, dass sich der übelst für diese Scheißschatten erschaffen Man muss sich einfach hinrennen Übelst dummer wahrscheinlich Hi Den hast du gut Geld Okay, dann hier wieder ein Double Double Kilo Würdest du sagen, dass das Spiel mit Kians Payment durchgespielt? Ja Was ist? Ja, du musst den Ding hier, äh, luftdingen Ja Hast du ne Luft? Hier, den da Den da Was soll ich da mit Luft? Ja, was soll ich da mit Luft? Ja, was soll ich da mit Luft? Ja, was soll ich da mit Luft? Ach so, Luftkehlen aus? Du wolltest das nicht machen Hä, warum? Was zur Hölle? Warum? Warum? Warum ist er jetzt gestorben? Weil ich die geketert mit einem Mannschaft Ja, aber ich verstehe nicht Das hat gar keinen Sinn ergeben Ich war genau über ihm Hab, der hast du gesagt, das hat nicht funktioniert Und das Luftdingen Äh, einfach ihn töten da Luftdingen hab ich nicht gedacht Ich hab irgendeine Fähigkeit wird so von mir, die ich nicht hab Meine gotte Aber jetzt ist neutral Dann habe ich wieder zwei Siehst du? Die hab ich ich mache mal das ja dann siehst du es haben die eine Leiche entdeckt ne 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 das ist eine Fähigkeit von mir das ist deren Seerichtung ah wie cool äh oh nein ich hab die Pflichten doch mal eingesetzt aufpassen nein den muss ich kriegen bin versteckt den hast du ich muss nur ein kriegen also ein Zählen ohne von vorne ich mach das nicht mal ich könnte den hier vorne naja diesmal mache ich Luftdingsen oder als Fragezeichen ja ich will er hat mich gesehen also hat er das ist schwierig hier nix schwierig ach so ein Typ vor hier ja und doch ja ich habe ein Ding nein er war hier deckt alle Feinde in der Gegend in der Nähe aus also alles gut C warte mal ich hab vorhin da übersehen echt echt okay äh wann ne warte mal was glaube ich hier ist die Schriftkunde C warte hier irgend so da hier da oben irgendwo an hier oben ja 18 Meter ja hier äh hier irgendwo ja ja hier ja hier genau hier jetzt ein Schriftlohn und verbinden warte mal was skil ich jetzt äh du skilst die linken die linke Reihe 2 äh Schattenverschwindung meint du in der Mitte du skilst jetzt Schattenverschwindung wenn du kannst Schatten was Schattenverschwindung ah da ne ne kann ich nicht kann ich nicht ok dann Spaß ah und ist der dann dieser Drache oder äh nein das ist das nächste das gibt dir nämlich immer einen äh Fähigkeitspunkt also so ein so ein Punkt äh zum doch mal benutzen du kannst theoretisch auch einfach die Taktik machen du nimmst Unsichtbarkeit äh rennst zudem deine Schritte werden nicht gehört auch wenn du rennst äh keelst dir mit langen Dings das wird nicht gesehen und du machst das die ganze Zeit über aber das finde ich auch unbeilig ah ok ja weiter mal aber da sind noch ein paar Schriftrollen wo äh aber ich so kann noch gehen ach so ach so ne in der Richtung da können wir noch nicht hin da gehen wir jetzt wir kriegen jetzt erstmal Klingelglöckchen was gehen wir jetzt erstmal Klingelglöckchen dann kannst du den Gegner anlocken hm kannst du nochmal sagen was man Gegner anlocken kann Klingelglöckchen ach Klingelglöckchen jetzt hab ich da kurz nicht verstanden ah jetzt hab ich keine Energie mehr das ist ja ne Verarsche ja das hörst du dann nach der Reihe jetzt bin das du schnell Energie bekommst Schattenessenz meint ich ja ja guck der gar ich bin zur Hälfte aufgebaut wenn ich nur ganz kurz einen Schattenklecks mache und mich in TP oh Gott oh ja ok ah ok ist verständlich warum ihr gestorben seid nein 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 er ist in dem vorherigen Teil 40 mal gestorben ach so nur in dem vorherigen ja und in dem ja den haben wir irgendwie 20 Christ was machst du klar komm ich zählen nein wir kriegen jetzt Klingelglöckchen drückte mal 10 hier schon dieser Kreis mit dem Dreieck drin das ist immer äh das Ziel ah ok das ist Ziel Klingelglöckchen was kommt man damit nochmal an die Typen anlocken gell du machst das an der Position wo du warst und äh Kitzel dann von hinten weil die dann dahin gehen man hat ja ich habe das Spiel dann nur gespielt naja hast du gerade eben schnell verstanden ja ja ah die die Lichttypen sind eigentlich böse naja ich sag mal nichts über dich zurück ok wow schon wieder diesmal hat es sich anders angefühlt ganz anders das war meine Kindheit ich schwöre bei Gott ich wusste das habe ich gesehen oder weiße haare da habe ich nie ja war er wahrscheinlich so hat das Mädchen das warst du oder äh und was nein der Typ mit dem Schwert ja die Glocken gehören meinem Vater du hast gerade so gesehen meine Mutter von einem Lichtgeweiten ermordet worden ich gehöre ich gehöre ich gehöre ich gehöre ich gehöre nein das war lange vor der Kaiho diese Länder werden seinen Menschen gedanken naja klar letztendlich sind alle gleich gnadenlos in meiner abgehend so schlechter von Jungen dann startet eine Petition wenn ihr die Stimme auch ziemlich gut findet ja Mikroch petizier ha ha tut mir leid das ist ja wohl zuhören meine ja ich hätte dir leiden dann nie jemand gefunden diese Männer haben kein Stückchen von den Hügel das ist nicht los den Glocken ist diese Erinnerung ich habe die Angst gefühlt den Schmerz es tut mir so leid zuhören ja Mikroch Ausrufezeichen ha 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 Dankaragami Punkt 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 gut aber ich gebe sie dir zurück wenn ich dich finde ich habe vergessen das Komma auszusprechen danke Ausrufezeichen so mit v benutzt du die da steht ja auch gleich nochmal sehr schön sehr schön du hast ja noch nie gespielt du denkst das mit v benutzt ja ja oh mein gott da gucken die böse äh warte mal kann ich machen kling kling du vollidiot du musst dich doch an eine Seite stellen damit du von der anderen kommen kannst ja ja eben jetzt geht da um die eine in der Mitte ist jetzt kannst du ja okay 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 und jetzt kannst du verletten ja ich habe hier von vorne weitergekehrt tschüss 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 mein Bruder er macht die Schatten einfach gut mhm so jetzt müssen wir das hier machen okay warte 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 ich gehe mal irgendwie erst rechts an äh okay warte ich wäre dafür dass ich den hier rechts killeimer so erhielt das okay ich habe keine energie mehr alles gut ja äh sterben ja da vorne ist wasserlauf da rein du bist du wo ich sage einfach raus fluss aber was hängig die was hängig die typen noch kille dann werden wir einen checkpoint weiterkommt ich werde ziemlich dem nicht okay okay es wird immer noch jemand übrigens wenn du klingel wenn du zweimal klingelst also wenn der ist wenn du klingelst erst bemerkt und dann nochmal klingelst dann ruft der Alarm vielleicht äh äh ganz interessant warte wenn ich klingel äh der das bemerkt dann hingeht und du nochmal klingelst dann äh ruft der Alarm ah denkst du zumindest in der anderen Seite nicht mehr ja genau ne mei er ist er hat die linke Seite wir sind so gut wir müssen gar nicht zusammen eine Seite klären mit dem haben wir später ja ich hab schon einen mit dem erbten aber das war nicht so klug von mir ja ja der eine sieht dich geht er weg ne 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 ich hab dann eine leiche warte mal kill den also gut da mach ich oh ich hab zwei gelockt geht er weg ich hab ihn doch angeklingelt bist du denn dumm ich hab ihn doch aber gerade gekillt ich hab ihn doch ach haben die die gedingst ach haben die die gedingst naja ich hab doch hä ja ja das kann manchmal passieren ich bin ja übelst krass ja ja ich weiß das ist cool wenn der bug passiert aber wie selten ist das so mhm 1 zu 10 oder 1 zu 20 ist der dumm geh doch mal bis ja genau das meine ich der hat gerade alarm geschlagen sogar noch ja das sollte ich gerade testen toll hat funktioniert du hast recht ja 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 meine Prognose meine Hypothese Hypotenuse halt deine Fresse heiner wow danke ja ich hab auch gar nicht der Tasse gespämt der Uhrenzone warte 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 lass mich jetzt machen ach scheiße mein Kill zack 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 so ich kill links du rechts BKD im i6 ja bei mir laufen die gerade noch anders meine Fresse kann ich jetzt mal regenerieren ich kill den in der Mitte da für dich naja ich lock den anderen gerade ab ey was soll das wann bist du schlecht nein der spiel scheiße der hat mich nicht vergetet du kannst du kannst theoretisch das Piranha warum haben die Augen klappen äh du kannst äh theoretisch einfach rum sprinten äh um die rum und die werden dich nicht treffen also aber es ist halt langweilig ja also irgendwann werden sie nicht treffen so aber man kann sehr lange überleben naja dann warte ich mal hier hallo der Schatten aus dem Wintergrund aus deiner Futter ich benutze mal in Schienen wir laufen jetzt beide hier her so ich zieh noch sofort ihre Schwerer dann locke ich dir jetzt mal da hin und du äh machst irgendwas ja warte warte ich zeig den Trick wenn ich vielleicht noch hinkomme ich sag ne 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 das ist gut der eine kommt jetzt zu mir oder er guckt mich an er guckt mich an nein er sieht vielleicht die Leiche äh oh ne ne du zieht er so es war nicht guck dafür kann ich jetzt hin können sein Kollege wird das nächste sterben jetzt lock ich ihn wieder an was ist wenn ich ihn jetzt anlocke äh ich glaube dann ist normal also er fragt seine erste Stufe du kannst ja eher anlegen sie sind sein Kreis wird gelb und rot wenn er wieder auf weiß ist dann ist alles okay der fliegt über den Glatt ist dadurch zu dir mhm da hinten sind noch drei da hinten war einer irgendwo warte mal warte mal da hab ich ne gute Idee auch warte mal mhm ich geh hier oben auf diesen Shit so ah das geht nicht schade auch mal ach so da gerade jubels verwirrt was wo sind die jetzt auf einmal rage äh ich mach den und die Fähigkeit hast du gekauft freigekauft gell mit echt Geld ja richtig äh ich mach mal was denn wo der dritte ist ne 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 es gibt gar keinen dritte ich hab gar keinen dritte okay dann mach ich den grün okay äh okay mach hab ab so du kannst entweder da reden äh hier vorne ist irgendwo die Schriftrolle oder C oder war die da hinten in die Richtung welche warte lass mich aber noch kurz gucken äh da waren auch noch welche hier vorne ja kann man hier rein hier gibt's noch übelst viele hier war noch eine warte da kann man rein da kann man rein hier ist auch noch eine ich komm grad rein hinter der Mauer ist noch eine hier ja ja ich weiß komm mal hier wir gehen jetzt wir müssen ja zählen äh aber ich bin doch gerade hier warte warte oh ich würde jetzt angeklotzt ich geh mal runter er hätte nur ein bisschen ja ja ich auch äh der eigentliche weg ist von da hinten aber da hinten ist das ziel 100 140 meter ne 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 hier muss man auch nochmal lang also kann man warte 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 f1 äh schatten verschwinden wollte ne was schatten verschwinden näher dich an der toten wache und lass die leiche verschwinden ja mit ehe das was ich die ganze zeit mache dass sie äh weg wird das ist so im boden versinkt ja ja äh so also Ademar kommt ihr den mal welchen achten da ok ok warte lass es ja warte sei er ich krieg gleich hin so und jetzt musst du wenn er wohl liegt F drücken F F gedrückt halten und jetzt verschwinden bei mein best of friendo ok ok und hier so ist noch ein Wurteam glaube ich oder ah nee hier ist noch einer warte mal denke ich kurz hier waren zwei ja waren ich habe schon eingekillt deswegen wunderlich dann sagen wir noch ach so der ist rüber gelaufen er hat mich kurz gesehen und nein er könnte eine leiche finden stellen oh mein gott äh wo wo darüber doch ein kreis ich mal nicht krieg sich hin ich auch nicht ach da hinten äh aber ich nicht jetzt das aber ja ok gut gemacht ok jetzt können wir lange sie war dann noch mal kurz nachgucken doch da hinten die schrift äh da ist ein schein ne hab die eingesammelt hab ich schon eingesammelt ja dann kommen wir hier lang müssen wir ich sehe ich sehe ich so ah hier ist noch leute ah nee ne alles gut wir sind hier durch ach da wollen wir ja machen was man auch macht wenn man keinen Banmo hat einfach durchlaufen und Klingelglöckchen drücken sonst werden die angelockt was man auch machen soll was äh falls man wollen Banmoko nicht hat einfach durchlaufen was ist Banmoko äh das aufdecken dass ich alle sehe im Umkreis ach so ja weil man ja will dass alle sterben läuft man ja und drückt v damit alle die angelockt werden halt sie noch überlebt haben falls eine überlebt hat deswegen redet man eigentlich immer durch mhm da war einer ja ja da war ein und ich glaube hier draußen auch noch einmal rum an den stech ich kurz ab den stech ich kurz ab wir stellen wir zwar beide an dem ok ok und dann alles von neu oder wie ja ist er übelst lustig ist es ganz übrigens durch schatten verschwinden erscheint auch so eine kleine wolke und du kannst dich rein stellen wir jetzt auf dem feld schatten obwohl der eigentlich licht ist die folge ist auch wiederum ach so ja in der nächsten